heute am ersten august fahren wir unsere compost box leer wir haben 30 pferde auf unserem dressurhof in westfalen und machen das jetzt zum dritten mal und ja die qualität ist sehr gut und wir sind mit dem system sehr zufrieden und da es compost ist können wir auch immer zum passenden zeitpunkt über das jahr direkt rausfahren